Ja hey du, in diesem Video möchte ich dir ein grundlegendes Werkzeug in der körperorientierten Trauma-Heilung näher bringen. Und zwar geht es dabei um eine Bewegungsart, insbesondere um die Micro-Movements. Und ich möchte dir erklären, warum wir das nutzen, was für einen Sinn das hat und dich vielleicht da auch ein bisschen einladen, das schon mal bei dir und in deinem Körper hinzuspüren und das wahrzunehmen, was für ein heilsames Werkzeug das ist. Erst nochmal voraus ein Häppchen Wissen für dich. Trauma ist im Körper oftmals gespeichert, ist unsere unerlöste, hängen gebliebene Reaktion auf die Vergangenheit. Und ein großer Teil dieser unerlösten Reaktion sind oftmals Bewegungsimpulse. Impulse, die etwas bewirken wollten, aber die wir nicht umsetzen konnten in der entsprechenden Situation, weil wir vielleicht zu jung waren oder uns zu stark bedroht gefühlt haben oder nicht die Kraft dazu hatten, warum auch immer. Und dieser Impuls bleibt aber nach wie vor in uns. Ich gebe dir einfach ein Beispiel. Es könnte sein, dass wir als Kind mal in einer Situation waren, wo uns jemand angeschrien hat, wo wir so ein bisschen klein vor jemandem riesig Großem gestanden sind, der von oben herab uns geschimpft hat wegen irgendetwas. Und es kann sein, dass in dem Moment in deinen Beinen für eine gewisse Zeit ein Fluchtimpuls aufgetaucht ist. Deine Beine wollten eigentlich weglaufen vor diesem Geschrei, vor diesem riesigen Monster-Menschen, der da von oben runter dich bedroht hat. Und das kann sein, du hast diesen, ah, ich will hier weglaufen Impuls gehabt. Aber deine Angst vor diesem Menschen war vielleicht so groß, dass du wusstest, ich darf nicht weglaufen oder ich kann nicht weglaufen. Es macht keinen Sinn, wegzulaufen. Und dann bist du mehr in so eine Art Stillstehen und Erstarrung hineingeraten. Aber dieser ursprüngliche Weglaufimpuls, der ist immer noch in dir. Und das kann jetzt sein als Erwachsener, dass du dann immer Schmerzen hast im unteren Rücken, dass du zum Beispiel unruhige Beine hast, dass du in der Nacht dann merkst, oh, da ist sowas Zappeliges, Unruhiges in meinen Beinen, es ist unerträglich, durch Ameisen laufen durch meine Beine. Und das könnten dann einfach aus verschiedenen Situationen unerlöste Bewegungsimpulse sein, die einfach in deinem Körper drin sind, die immer wieder versuchen rauszukommen, aber die wir vielleicht einfach bisher noch nicht rauslassen oder konstruktiv umsetzen konnten. So, weil diese Bewegungsimpulse oftmals aus schlimmen Momenten unserer Vergangenheit stammen und vielleicht auch verbunden sind mit enormer Angst oder Wut oder Bedrohung, allen möglichen Gefühlen, scheuen wir uns manchmal davor, die auszuleben aus gutem Grund. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel finden von jemandem, der vielleicht ein Kind, was jetzt mehr nicht einen Fluchtimpuls hatte, sondern was vielleicht schon ein bisschen älter ist, ein Teenager, der angeschrien wurde und der im Inneren einen Vulkan spürte in seinem Bauch und gedacht hat, boah, ich würde am liebsten diesen Lehrer oder wer das auch immer ist, verkloppen mit meinen Fäusten, mit meinen Armen. Da ist richtig Aggression, Verteidigung in unseren Armen, in unserem Körper drin gewesen, ein Impuls, den wir dann nicht ausgelebt haben, aber der Impuls ist nach wie vor da. So, und wenn wir jetzt anfangen zu versuchen, unseren Körper zu entlasten, damit er nicht mehr all diese Schmerzen hat und all diese Symptome, diesen Stress, diese Unruhe, all diese Dinge mit sich rumschleppen muss, da ist es ja wichtig, dass wir diese alten Impulse entladen. Stell dir das vor, als hättest du lauter Sprungfedern in dir, die irgendwann mal zusammengedrückt worden sind. Und dieser ganze Druck, den muss dein Körper ständig halten, ständig unterdrücken, ständig in sich festhalten. Und dein Körper strebt eigentlich danach, der sehnt sich danach, dieses Zeug, alles loszuwerden. Aber manchmal scheuen wir uns davor, weil wir instinktiv spüren, ich will aber nicht gewalttätig werden. Ich will jetzt nicht mit meinen Händen alles kurz und klein schlagen oder einfach nur wild geworden, davonrasen, Fluchtimpulse, einfach eins zu eins ausleben. Ich möchte es gar nicht, ich kann es vielleicht auch gar nicht. Und dann bleiben wir hängen an dem Punkt. Wir merken, da ist was, aber ich kann es nicht einfach so ausleben. So, und die Micro-Movements, die geben dir jetzt sozusagen ein Instrument, diese ganz intensiven Impulse langsam und behutsam umzusetzen. Das ist sozusagen wie so eine Art, ja, wie so eine Art körperfreundliche Übersetzung von ganz starken Überlebensimpulsen, die manchmal, ja, die sehr, die sehr explosiv sein können oder eben sehr panisch sein können. Und wenn wir die eins zu eins ausleben würden, hätten wir auf jeden Fall das Potenzial, uns oder andere zu verletzen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Heilung, die wirklich Heilung ist und nicht uns erneut verletzt. Und in meinem Coaching, in dem Morgenlicht-Coaching, in dieser Methode, die ich entwickelt habe, und da lade ich uns ein, immer zuerst mal damit zu beginnen, den Körper zu stabilisieren und einfach anzufangen, den Körper wahrzunehmen und dann reinzulauschen und zu gucken, wo fühle ich Druck, wo fühle ich Spannung, wo fühle ich Unruhe. Weil all diese Symptome können ein Hinweis darauf sein, dass da Bewegungsimpulse in uns sind. Aber diese Bewegungsimpulse zeigen sich nicht unbedingt sofort als ein Drang zur Bewegung, sondern das kann auch einfach nur Druck sein, Spannung sein, Wärme sein, Unruhe sein, Ameisen, die durch die Beine laufen. Und wir fangen dann an, erst mal zu fragen, wo fühle ich das im Körper? Ist es in den Beinen? Ist es in deinem Bauch? Ist es in deiner Schulter? Ist es im Hals? Wo ist es im Körper? Wir orten das und die Micro-Movements, die erlauben uns sozusagen in Zeitlupe mit dieser Bewegung in Berührung zu kommen und die in Zeitlupe langsam und sehr viel kleiner, als sie vielleicht damals gewesen wäre, wenn wir das ausgelebt hätten, sehr viel kleiner eben umzusetzen. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt den Impuls hatte damals als Kind, wo ich irgendwie hingefallen bin, so meinen Arm rückartig hochzureißen und mich irgendwo abzustützen oder festhalten zu wollen und dieser Bewegungsimpuls kommt raus, die Micro-Movements, die erlauben mir einfach reinzuspüren, wo ist es in meiner Schulter? und dann langsam, langsam mitgehen und ich mache das so langsam, weil jede Muskelbewegung, jeder Millimeter dieser Bewegung ist verbunden mit Gefühlen, verbunden mit Wahrnehmung und mein Körper braucht Zeit, das wirklich fühlen zu können. Deshalb mache ich es langsam. Langsam heißt nicht, ich unterdrücke die Intensität. Langsam heißt nur, ich gebe mir mehr Zeit, mehr Raum, um zu verarbeiten, was da passiert und dann gehe ich sozusagen langsam mit und mache vielleicht gar nicht die ganze Bewegung, sondern ich gehe mit und schaue dann, inwieweit sich die Bewegung vielleicht nur im Kleinen dann umsetzt und ich gehe so lange mit, bis mein Körper merkt, jetzt habe ich es geschafft, das wollte ich, ich wollte mich da abstützen, ich wollte mich da festhalten und dann warten wir, bis der Körper, bis alle Nervenbahnen sozusagen bemerkt haben, ah, geschafft, erledigt, erreicht, okay, okay, alles klar und dann schaltet dein Körper dieses offene Programm, diesen offenen Bewegungsimpuls, der da noch war, der schließt sozusagen dieses Fenster oder diese Datei und sagt, Fall erledigt, okay, das brauchen wir, du brauchst jetzt nicht mehr dauerhaft eine angespannte rechte Schulter zu haben oder ein Zucken irgendwo oder Schmerzen im Schultergelenk, du brauchst es nicht mehr, sondern das, was da drin war, diese wahnsinnige Spannung ist jetzt raus, ist erledigt und stell dir einfach vor, dass wir in unserem Körper ganz, ganz viele dieser Bewegungsimpulse haben, vielleicht geradezu wie so ein Teppich aus unerlösten Bewegungsimpulsen und die Micro-Movements sagen uns einfach nur, hey, du darfst damit in Kontakt kommen mit dem Bewegungsimpuls, auch mit der Intensität, mit all den Gefühlen, die damit zusammenhängen, aber du machst, du setzt die Bewegung langsam um und körperfreundlich, sodass du dich und andere dabei nicht verletzt. Das gilt für die Fluchtimpulse, das gilt aber auch für Verteidigungsimpulse, für die Momente, wo wir kämpfen wollten, wo wir Sachen zerreißen wollten und Leute von uns wegstoßen wollten. Ja, da dürfen wir reingehen, diese Bewegungen dürfen wir machen, aber durch die Micro-Movements machen wir es auf eine Weise, die uns und andere nicht erschreckt oder verletzt oder durcheinander bringt. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, dass die unerlösen Bewegungsimpulse, das ist so ein bisschen so, wie wenn du an deinem Computer hundert verschiedene Programme gleichzeitig offen hast. Ein Fenster am anderen ist offen und dadurch hat dein Computer immer weniger Bandbreite, weil er all diese verschiedenen offenen Fenster ja offen halten muss und er kommt mit keinem von diesen Fenstern weiter. Ja, und durch die Micro-Movements, durch die körperorientierte Arbeit können wir ein Fenster nach dem anderen wahrnehmen, vollenden und schließen. Und du merkst dann danach, nach so einer Bewegungssequenz, oh, da ist mehr Weite, das kann sich alles entspannen, manchmal ändert sich sogar unsere Haltung, Sachen in der Wirbelsäule richten sich auf, werden gerade, Organe arbeiten wieder anders und vollständiger, bestimmte unangenehme Gefühle, die einfach immer da waren, verschwinden. Und ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn wir körperorientiert arbeiten und wir wahrnehmen, der Körper hat zum Teil meine Vergangenheit gespeichert und all diese aufgestauten Bewegungsimpulse, die dürfen nach und nach in Ruhe, in Geborgenheit, dürfen die sich lösen. Genau, und wenn du mehr Zugang finden möchtest zu dieser körperorientierten Arbeit, dazu, dich überhaupt in den Körper einzustimmen, einzulassen, diesen Übergang zum Körper hinzukriegen und dann auch in diese weiche Bewegung reinzukommen. In der Oase, in meiner Coaching-Community, habe ich da ganz viele Anleitungen, Videos, Audioaufnahmen dazu und da vermittle ich euch das genau für diejenigen von euch, die gerne ein bisschen tiefer gehen wollen und je nachdem, wann das Video rauskommt, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, welches Datum ich dafür ausgewählt habe, aber am 30. Mai ist eine Woche lang auf jeden Fall die Oase geöffnet für neue Teilnehmer vom 30. bis 7. Mai bis 7. Juni oder 6. Juni, ich glaube 6. Juni ist es, genau. Ja, und wer mag, kann ja mal spicken, ob das noch läuft gerade oder schon oder noch laufen wird und wenn du dich interessierst für diese körperorientierte Arbeit, dann bist du herzlich willkommen, kannst dich bei uns einklinken. Alles Liebe und bis dann!